Hey ho Leute, zu einer weiteren Folge Splatoon Online, die Lili sitzt wieder neben mir und schaut mir zu. Wir spielen wieder privaten Kampf mit drei weiteren Leuten, ne? Ich bin Maxim, ich grüß Dan, nur ist ein YouTuber. Und Ken, keine Ahnung, wo ich den kenne, aber ich kenne. Du kennst ihn eigentlich nicht, aber egal. Äh, ja meinst du auch. Ok, und das coole ist, wir sind jetzt zu viert und nicht zu dritt, das heißt es ist fair. Versteck mir! Versteck mir! Wer ist das da vorne? Es war Chris Tendo und ich geh in seine Bombe rein. In seine Tintenbiene. Yay, wir werden verlieren! Der Maxi, der hat zwar auch einen YouTube-Kanal, aber ich habe jetzt gerade vergessen wie der heißt. Auf jeden Fall, da sind eh keine Videos. Aber ihr könnt ja bei Instagram bei ihm vorbeischauen, da heißt er xd.v.x. Dann Chris Tendo, könnt ihr ja auch vorbeischauen, wie immer. Kennt ihr ja schon. Er nimmt heute mal nicht auf. Du hast Dings, du hast Dings! Er nimmt heute mal nicht auf. Was? Was denn? Dankeschön. Chris Tendo nimmt heute mal nicht auf. Was? Und ja, ich bin der Einzige da. Das machen wir immer. Lili, sprich doch irgendein schönes Thema an. Das Thema hast du aber nicht gesagt. Warum schlägst du aufs Mikro? Das ist doch kein Absicht. Wie machst du dann? Ja, dann Halbmord. Ähm... Ja, du hast schon wieder. Also... Ich will... Ich kann ja überhaupt sagen. Also... Best... Uah! Ken! Wieso? You can't do it. Bestes Wortspiel, gell? Ja. Das ist nicht verstanden, oder? Ja. Das ist schon der letzte Punkt. Ah! Schade! Aber das ist echt cool, 2 gegen 2, stimmt's? Ja. Wenn ihr nur wüsstet, wie neidisch mir die Lili ist. Dass die einfach nur neben mir sitzen muss und nicht mitspielen kann. Das macht sie so aggressiv. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sie zerreißt mich in Stücke. So aggressiv ist sie gerade. Aua! Lass mich in Ruhe hinein. Ja, das hebe ich mir für den Schluss aus. Für die letzten Sekunden hebe ich mir das auf. Und ich wollte gerade aufs Gamepad schauen und schaue stattdessen aufs Handy. Oh je. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Aber ist das Team Ferno nicht mehr schnell? Team Ferno! Nein! Nein, nein, nein! Ich sag, das haben wir verloren. Ich auch. Oh, so knapp! Hat aber sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, der Kahn, der verlässt die Gruppe jetzt nicht. Weil der ist der einzige, mit dem ich das nicht ausgemacht habe. Der ist jetzt nur durch Glück dazugekommen. Also ich hoffe, er verlässt die Gruppe nicht. Heute habe ich wieder die Waffen nicht nach der Reihenfolge, wie ich sonst normalerweise mache. Weil ich vergessen habe nachzuschauen, welche Waffen wie in der richtigen Reihenfolge sind. Und ich weiß nicht auswendig, welche Waffen noch fehlen. Also mache ich jetzt einfach einen neuen Waffen. Mach mal eine neue Waffe wieder. Ja, das sind ja mehr als zwei Kämpfe. Aber der Schwapper, der ist eh ganz gut. Im letzten Privatkampf habe ich eigentlich gesagt, der Schwapper ist nicht so gut. Also ich finde ihn nicht so gut, aber ich habe meine Meinung geändert. Ich finde ihn gut, ich finde ihn gut. Ja. Und wir sind auch gut. Aber der Kahn, der ist richtig gut. Mit dem habe ich vorhin schon 1x1 gespielt. Und der ist richtig abgegangen. Hey, wieso? Das ist doch nicht nett. Das ist mein Kompliment. Ach so. Oh, da kann man jetzt hoch. Oder war das schon immer so? Immer. Aber das schaut jetzt irgendwie anders aus. Mach mal. Oh nein, Kahn ist tot. Nein. Mach. Wieso? Reindrücken. Gut, mache ich halt. Oh, ich habe beide getötet. Den einen mit den. Denen gewonnen. Ähm. Und ihr hättet auch sogar gewonnen in mehr Farbe, stimmt's? Äh. Ja. Das ist aber nicht der Modus. Ja. Ja. Sie meinte jetzt, wir hätten auch gewonnen, wenn es Revierkampf wäre. Mhm. Das ist Zufall. Weiter geht's. Weiter geht's. Die letzte Runde. Und wir sind zu fünft. Ja, genau. Wir sind jetzt fünf Leute. Das ist richtig krass. Aber ich glaube, die Runde gewinnen wir. Weil Leute, ihr kennt mich ja. Zwei versus eins. Und ich bin der im einen. Und ich bin in dem Team, wo nur einer ist. Also nur ich. Da gewinne ich immer. Also da bin ich sehr gut in Turmkommando. Deswegen habe ich jetzt mal eine Waffe genommen, mit der ich nicht so gut bin. Aber schaut ja jetzt mal gut aus. Aber ich glaube, das gewinnen wir. Ja. Die sind zu dritt. Die sind zu zweit. Ich find's sehr gut bei meiner. Äh. Ja, das war klug. Ich find's sehr gut bei meiner Waffe, dass der nicht so ein Zielstrich ist, wie beim Team. Na, hilf mir, Lili. Wie heißt's? Sniper. Lieber Sniper. Ja, wir gewinnen einfach. Ist der dritte eigentlich? Der ist jeder. Der kommt gerade nach. Sie tötet euch alle. Wieso sollte uns das dritte Teammitglied von uns töten? Ja, gegen das ist so groß im Camper oder warum? Häh? Springen wir ihn? Achso, ja stimmt. Wir haben ihn schon gewonnen. Yay. Okay, da geht noch ein Kampf. Wir haben noch nicht einmal die 10 Minuten bei der ungeschnittenen Aufnahme. Da geht noch ein Kampf. Halt's Maul. Oh meinst du ne Kämpfer? Oh nein, du bist nur ne Kämpfer. Oh Gott, jetzt. Sechst, Leute. Oh mein Gott, Leute. Wir sind zu sechst. Den letzten da unten, den kenn ich gar nicht. Also der hat entweder bei Maxi Costando oder bei Ken oder bei Nikolas Kuhl mitspielen gedrückt. Auf jeden Fall den letzten da unten kenn ich gar nicht. Aber er ist einfach in der Aufnahme drin. Pech gehabt. Habe ich euch schon mal die umgebaute Dekaspan-Station gezeigt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wenn nicht, dann sehe ich sie jetzt. Wir spielen wie der Revierkampf. So wie in der ersten Runde. Und sind zu sechst. Sie sind einfach mal zu sechst. Ja. Das ist so krass. Waffe. Komm her. Komm. Aber wir haben dieselbe Waffe, oder? Hallo. Ups. Jetzt war nicht so klug. Bringen wir noch die acht Leute voll. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Oh, das wäre mega. Alter, dann werden wir glaube ich schreien. Wirklich schreien. Schreien. Dann reiße ich mir den Kopf ab. Warte. Ich sag schreien. Schreien. Warum sagst du schreien in Zeitlupe? Okay, dann schreit. Schreien. Was hast du gerade so Probleme? Hä? Hörst du dir zu beim reden? Ja. Oh, wir haben beide diese Waffe. Das ist nicht so effektiv. Schau mal da rauf. Weil da geht seit dem Update nie jemand rauf. Oder keine Ahnung. Was ist versteckt? Ich hoffe, diesmal gewinnen wir den Kampf mit. Revierkampf. Also, die Runde. Vielleicht besser. Aber bis jetzt. Ja, schon wieder. Ja, schon wieder. Da bleibt mir sogar einer. Da kommt ja einer. Oh, diese Waffe ist eigentlich schon stark. Ja. Und jetzt holen wir auf. Uh, ein Blaster. Es sind schon so viele Leute, dass wir manche gar nicht mehr begegnen untereinander. Komm, 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 komm. Ah, schade. Fuck. Wir kommen nicht drüber, hast du es merkt? Ja. Schaut gut für uns auf, aber sie holen wieder auf. Komm, der muss sterben. Er muss sterben. Nicht ich, sondern er. Und sie sagt wieder irgendetwas random. Nein, das ist cool. Okay. Das ist nicht random, sondern... Du stirbst noch. Dankeschön. Du bist ein Mörder, du hast Christen. Wir haben trotzdem verloren. Hatten wir Cain in unserem Team? Nein, hatten wir nicht. Wir brauchen Cain, der ist so gut. He can do it. 1, 1, 1, 1, 1, 1, Punkte hat er. Okay. Kannst du bitte aufhören zu wackeln? Kannst du dich bitte normal hinsetzen? Ich sitze ja normal. Das ist jetzt nicht normal. Wir sitzen nämlich im Bett. Wie kann man da normal sitzen? So wie ich? Boah! Was sind solche... solche Aim-Bots? Nein, du für mich wird es langweilig, wenn ich kämpfe. Ja komm, zwei kämpfe noch, okay? Also der und noch ein anderer und warum bin ich so behindert? Ich stelle mich einfach vor seine Augen, während er seine Sniper voll aufgeladen hat. Was? Ich habe gerade aufs Gamepad geschaut. Weg! Lass mich in Ruhe! Komm, den Zuger rette uns! Yolo muss sein. Was war das jetzt noch? Er steht einfach da. Und genau in der Sekunde, wo die Runde aus ist, würde ich ihn. Wenn du pinkeln musst, dann geh pinkeln! Der eine ist jetzt wieder rausgegangen. Das ist er schon vorige Runde. Wirklich? Ja, wirklich. Ah ja, stimmt. Ah ja, stimmt. Ups, ich habe es vergessen. Ich war gerade nicht da, da rum. Ich bin gerade voll hier rein. Ah, ich mache den. Leben. Okay. So, unsere Gegner sind ja nur zu zweit, wir sind jetzt zu dritt. Das schaffen wir. Und es ist wieder Camp schützen, Fisch. Obwohl ich die Welt noch für Zufall aufgewählt habe. Hä, warum ist er nicht gestorben? Weil du ihn genau nicht getroffen hast. Wenn ich unsähig bin. Das ist die richtige Antwort. Beide sind tot. Beide sind tot. Wie die Maus. Na gut. Die letzte Runde war jetzt ein bisschen unnötig. Die Maus! Die letzte Runde war jetzt ein bisschen unnötig. Aber ich glaube, das Video hat sich trotzdem gefallen. Vor allem, es haben ja jetzt viele mitgespielt, die sich das Video wahrscheinlich auch anschauen werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Kurz, kurz, bitte. Und zwar, ich möchte noch sagen, Südpol hat bei Dings gewonnen. Das wissen Sie, weil das habe ich aufgenommen. Du warst noch nicht da. Ich war da. Ich war da. Ich war trotzdem da. Ach so, das stimmt. Ups. Egal. Ja, okay. Ich habe es wirklich in der Nacht aufgenommen. Deswegen war meine Stimme nicht dabei. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Kommentare würden uns auch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.